ich habe lange suchen können ja ich war jetzt bei dieser donat insel und ja ich hätte lange suchen können wie gesagt weil die war schon auf meiner karte verzeichnet und ja ich wollte mich da ich weiß nicht ich habe mich da mal hin gepostet und ja ich habe die insel irgendwie erkundet gehabt aber die truhen waren immer noch alle da und das glücksempblem also ja was dann auf einmal soll keine ahnung also die wohl nur die hälfte als ich fortsetzen gemacht habe geladen oder wie da war ich beschissen so ja wir haben jetzt so viele adamanns kann ich halt vollkommen hoch leveln elektron perfekt so leider schwert meister bekommen wir keinen effekt schade damals haben wir ist noch nicht dreck der adamann da war kein damals gibt es nicht besser und ja nein drohen und so als nachbohlt und ja wir gehen jetzt einfach dahin wo wir hingehen sollen und bringen diese welt hinter uns da waren wir schon ein bisschen zu nervig manchmal habe ich jetzt links noch an wolle p wird ja schon level 34 35 irgendwie so also ich möchte nicht noch weiter überlebt werden das schiff hat auch ein paar level level 5 sind meine augen oder ich möchte man so ich die wandschotten ist klar sie hat ja auch gesagt was hier wird stürmisch wir kommen keine superpowerschiffe lukzurd ah you do know how to make good time yes one must simply marvel at your celerity but such compulsive behavior is eventually going to bring you nothing but sorrow ja komm her unser chef ist schön hochgelevelt level ich weiß was wir tun müssen die herzlosen erlieben der kathol und kuchen wahrscheinlich diejenigen die kanonen da bemannen aber irgendwie machen jetzt automatisches zählen following wir sind voll abgeschottet hier was irgendwie so dieser tonale ganz und gibt genau jetzt muss ja dann jetzt hier das wird tun allein kommt er oder so ein big boss dingen ich habe diese eine flotte war irgendwie nur aus diesen ding an ich weiß nicht ob da irgendetwas bringt die ganzen dinge jetzt zerstören macht auf jeden fall mehr schaden an die aber trotzdem tun ja irgendwie attacken einsetzen also ich tue voll nach links drehen aber es bringt es einfach nicht also wir können so ein riesen schild einfach so mal floppen da bin ich ein bisschen unrealistisch da können wir so ein riesiges schild nicht sonst auch immer hochfloppen man soll ich hochfloppen da klingt irgendwie voll merkwürdig also du war doch ein dreck kommen ja auch die krise haben sich so hingestellt wenn ich einfach nicht ein ram aber ja wow war flug weil er jetzt kriegt da auf die fresse nun was da schön weil die finale was dieser welt ich habe auch kein wort verstanden akustisch nein ich wollte dann halt das hat die dinge an ich habe schon auch noch ein speichelpunkt ich war aber truhe und sohn da werden spaß in die ganzen dinge nachzuholen da kommen wir alles auch noch rein so viel frust und so für frust action und verzweifelt hat muss alles in einem h3 wir waren der finale was dieser welt david jones wir haben bis jetzt noch keinen disney was hier so gerade oder oder doch ja doch hier diesen riesen aus frozen aus arnd guys are you okay so your welcome site we've all been quite worried about you Das ist nicht so... Sura? Wo ist Jack? Und Tia Dalma? Ich bin froh, dass du ein paar Dinge verloren hast, während du weg bist. Jack! Er wurde... Er wurde von Cutler Beckett. Ja, und Beckett schlägt Davy-Jones und die Flüchtlinge Dutchman. Oh... Barbosa dachte, dass wir sie wenn wir Kalypso verlassen können, die Götter des Meer. Die Götter des Meer war wirklich Tia Dalma. Die Götter des Menschen. Aber es funktioniert nicht. Ja, eine Götter der Götter, Kalypso B. Also, was jetzt? Nichts. Unsere finalen Hoffnung hat uns verletzt. Aber wir sind auch hier. Die Götter der Götter, um mich zu frei, Sura. Und du hast meine sehr bestimmte Hoffnung. All die Macht in der See, du hast eine Wischbar. Ja. Also... Tia Dalma war Kalypso. Sie ist derjenige, der uns hilft. Und du wirst uns helfen. Und du wirst was? Ich denke... dass sie nur noch nicht helfen können. Du kannst nicht jetzt aufgeben. Wir können alle kämpfeln. Zusammen. Die Flucht gehört allen. Oh. Oh. Hm? Ich habe gesagt, das nicht. Nicht verraten meine Sprachen. Was? Was? You did? Sometimes it just goes in one ear and right out the other. Ich kann mich aber auch nicht erinnern. Kann mich aber auch nicht erinnern. Du hattest mal gesagt, wenn du was spielig ist. Was? Könnt das wenigstens vor einem oder zwei stunden erst passiert sein. Es ist nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch Hoffnung für uns. Du wirst mich hören. Könnt das nicht anders. Ich denke... The brethren werden immer wiederhole. To die royale Black pearl zu führen. Und sie werden sehen. Die Freiheit. Wir hören unseretime. Das ist das Licht. Die Ehre rauf. Die Ehre. Die Ehre rauf. Und sie werden sehen. Freize zu. Wir sehen unsere Ange, zu den hauen. Die Rechte von unseren R espaun. Wir sind die Ehre rauf. Wir leben und sie werden in der Zeit. Okay und ich habe meinem tagebuch nachgeschaut und david jones ist vom flug der karibik 2 also ich nehme an dass es flug der karibik 2 was er nachgespielt wird im letzten moment vielleicht wollen wir noch nicht darunter der fläche hat schiff wieder finale boss schiff lacht nämlich an raya so ich kann es live dutchman the chest jack told you about has the heart of davy jones in it there's no way it's the chest that you're looking for no one knows what's in the chest we're looking for if it's a black box then we ought to collect it simple as that you don't know what's in it then why do you need it but how will you know you found it got me regrettably the higher-ups haven't deigned to tell us but they did say the box contains hope huh that's all you'll get from me was hofft auch für uns oder für die jetzt war zu chaotic to find the box like this perhaps remove that ship from the picture okay also bin ich ein herzloser oder so kann er ja ich schule vor wie time to lock der looking vor ho 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 so der kragen wenn du seien sie auf den stag und feige black pearl auf dem weg die wahl auf mich hier sind die flyer das spenden ja hey 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 ich glaube ich werde rechtzeitig hier kaputt reden jetzt wird doch noch auf baller müssen weg schließen auf mich sagt finger weg ich glaube ich habe rechtzeitig schaffen werde ich habe rechtzeitig schaffen werde ich habe rechtzeitig schaffen werde ich habe die ganze zeit wird darauf gefeuert ich habe dann die ganze zeit wird darauf gefeuert den geht irgendwie zu schnell kaputt ich habe euch mal einen beiden oder so abgezogen ich habe gerade bei einem vielleicht noch gesungen weise takt und als abwehr ich habe hier nicht oder oder ich habe hier eine natürlich sind diese boss kämpfe ja voll schwer immer so boss kämpfe die irgendwie nicht irgendwie so mit normalen kämpfen zu sagen weil sind die am schwersten bis gleich ich bekomme gar keinen schaden ja so von normalen von dem dinge von der flying dutch man und er hat davon wird es die ganze vorhin zum tag in der abgewährt der kotzen fänger weg vielleicht doch noch zehn der blöden wieso machen müssen oder so da ist die nein viel zu weit weg ich krieg sie nicht kaputt man doch wird weg also knapp die zentakel bewegen sich immer genau dann dahin die kaputt oh mein gott euro boos und wachsen um lp so you got what you want perhaps you're the better player among us however i must demand you give that to me pardon you must be mistaken mate i'll not be giving you anything okay i invoke the right of parley nope nope look around we're a little busy besides i've already got all that i want right ehrlich still works der zweite zweite organisationsmitglied hat voll geohnt wurde ja joh 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 ja joh ja joh 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 gegen so menschlicheren boss kämpfen oder hat das gleiche kündigsanhänger wenn die kündig an gar nicht auskostet ich habe ich nicht naja da kann man es mehr so für die atmosphäre eigentlich gedacht recht oder eigentlich schon viel aushalten ich muss sie sogar leben klinke kallen jojos aktiviert das hat kommt heraus doppelt jojos wir sind der mann und sagt mir nicht direkt muskel am leben bleiben im zweiten teil war direkt jetzt unten da war ich geiler kampf bisher rufi bau aber mehr jetzt kommt er wieder damit ja da dürfte es hoffentlich ein bisschen einfacher machen ja 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 auss creation es und jetzt zum großen finale mit dem angriff erledigt war sehr cooler kampf atmosphäre da ist der promotion katz ihn glaube ich ganz schön krasse sachen ab wenn der karibik da ja 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 Okay. der mann hat auch wieder eine exakte szene aus dem film wo sind wir während alle leben das ist was 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 Es gibt viel mehr von der Welt, als du weißt. Was ist das? Sag mir, William Turner, ob du dich sterben fühlst? Bist du? Wie verweigend. Das ist alles, was sie gesagt haben, als sie gesagt haben, was sie gesagt haben. Wir haben die falsche Brücke, diese ganze Zeit. Petitonik, die Leben und Todes in der Hand von einer Hand. Du bist ein kreuziger Mann, Jackspotter. Kreuziger ist eine Frage der Perspektive. Ist es? Will! Will! Schau mal! Will! Schau mal! Will! Schau mal! Du wirst nicht meine Verwaltung verletzen. Geh! Das hat er eigentlich schon vorher gemacht, so vor dem wieder zu sehen irgendwie will sand benutzt oder so durfte er nicht ok er muss also sterben und dann irgendwie ich glaube ich muss ja noch ein bisschen schneiden hat ja doch ganz schön lange es dauert jetzt nach dem passen jack it's just good business oder schon direkt zurückgekehrt da will Feuer! 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 Feuer? Business. Hm, da sind immer noch Schiffe übrig. A flying Dutchman must have a captain. Just wed, and now she and Captain Turner must live in different worlds. One day ashore, ten years at sea, it's a steep price. Will. Your chariot awaits, your highness. Mrs. Turner. I wish a boss. Take care. Ugh. Jack. Thank you. One day isn't enough time. Well, there's always enough time for hearts to say what's true. Sora, you know better than anyone. It only takes a moment to connect with your mates. With your hearties. Hmm. Hmm. There's always enough time. And I'm going to find them. I'm going to find them any other time. I'm going to be able to find them out here today. Thank you so much for watching. Next time I'm going to find out. Okay. Soon. dann habe ich da jetzt so richtig verstand die krabbeln sozusagen dafür sorgen dass man in die dings gehen kann die andere welt bevor er hat irgendwie nicht so geschickt schicksalsbruder ein schutzschwert mit fokus auf andere vormänderungen luft hoheit sturm flagge es kommt wahrscheinlich noch laufen cutscenes